Musik Klara basiert einerseits auf den Erfahrungen von vielen Unternehmerpersönlichkeiten innerhalb der Actiongruppe, aber auch andererseits aus einem starken Willen, das Schweizer KMU-Ökosystem zu digitalisieren. Dabei stand nie im Fokus, ein weiteres cloudbasiertes ERP- oder Buchhaltungssystem zu bauen, sondern die Idee war immer, dass man ein System einem Benutzer zur Verfügung stellt, das einfach seine täglichen Aufgaben erledigen kann. Einer der zentralen Vorteile von Klara und somit ein Differenzierungsmerkmal gegenüber dem Wettbewerb ist die Integration in die administrativen Prozesse von einem KMU. Das sind einerseits Behörden, aber natürlich auch Versicherungen und Banken. Das Ziel ist, dass Klara zur zentralen Drehscheibe für den Kunden wird und alle Marktteilnehmer mit den nötigen Informationen bedient. und ihn so perfekt in seinem Tagesgeschäft unterstützt. Die Vision von Klara ist es, zum täglichen Arbeitsinstrument vom Schweizer KMU zu werden. Und um das zu erreichen, wollen wir ständig neue, weitere Marktteilnehmer hinzufügen. Dabei bauen wir den Funktionsumfang von Klara so aus, dass von der Finanzbuchhaltung über die Personaladministration bis hin zu einem Point of Sale alles in einer All-in-One-Lösung verfügbar ist. Und das sogar im Hosentaschen-Format auf einer MyKlara. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017